Wer sich gut führt, bekommt Hafterleichterungen. Mehr Besuch, Zugang zu Medien, in der Art. Wenn Sie damit schon gute Erfahrungen gemacht haben. Nun, in der Hamburger Justizverwaltung konnte ich diese Themen bisher nur theoretisch planen. Ach, Sie haben auch gar kein Befragungsgefühl? Ich nicht mehr benötige, ich hätte jetzt Aufsicht im Spreis. Schon gut, gehen Sie noch. Und vielen Dank nochmal. Vielen Dank.